so einen wunderschönen löser gemacht wir sind wieder zurück und es geht weiter auf 21 beziehungsweise zu unserer main quest da vorne sind schon natürlich die davon was ist was ist das ex menschen ach quatsch wir machen die platt mal hier easy ich hätte er drücken sollen krieg ich krieg ich natürlich nicht aber jetzt hin 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 zack weg mit euch was es lebt noch als ob die leben ja immer noch gibt's noch so der ist weg ich glaube das kann ich na weg tag Zack. Okay. Erstmal ein Level abgemacht. Nice. So, und das war's mit den Ex-Menschen. Easy peasy. Lemon squeezy. Ah, Palm. Wat? Achso. Pranus oder Pränus. Achso, ich kann wieder mit Ihnen reden. Was meinst du? Du sagtest, du wärst hierher gereist, stimmt's? Wieso? Nun, man könnte mich wohl einen Botschafter nennen. Aber als ich eintraf, war das Verhältnis der Tantas untereinander bereits so zerrüttet, dass sie nicht zuhören wollten. Ich war unbequem und sie brachten mich zum Schweigen. Alter, und dann haben die dich in den Reif verwandelt? Echt übel. Was hat die Tantas damals durchdrehen lassen? Wenn ich mich recht entsinne, gab es Zwietracht zwischen ihnen, wo aus ein Machtkampf entstand. Eine Kluft tat sich auf, und die Verderbnis stieg daraus empor. Die einst so harmonische Zusammenarbeit wich einem scharfen Konflikt. Sie zogen sich in ihre eigenen Reiche zurück, und bald machte sich der Bruch überall breit. Dann hat der Bruch alle irre gemacht, oder umgekehrt? Alles scheint sich zur gleichen Zeit ereignet zu haben. Hm. Sag mal, was soll denn so besonders sein an deinem New York? Central Park im Herbst. Oh, und Kinnisch. K was? Ach, wundervoll warme Kartoffelkissen. Wenn ich einverputze, vergesse ich ein paar Minuten lang einfach all meine Probleme. Das war sehr lebhaft geschildert. Ah, okay. Kartoffelkissen? Alle klar. So, dann gucken wir mal. Hier gibt es, nehmen wir, das nehmen wir auch. Äh, 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 äh. So. Das nehmen wir. Die Kiste werden wir bestimmt irgendwie wiederfinden. Da unten gehen wir auch bald gleich hin. Äh, das ist wichtig und, äh, die Gilde nehmen wir auch mit. Warum nicht? Klingt nach einem Plan. Das heißt, erst mal gehen wir hier lang. Können wir da wieder hoch? I hope. Speichern wir. Nicht, dass, äh, wir da nicht mehr hochkommen und wir, äh, einfach nur gefickt sind. Kiste. Ähm. Wie machen wir das jetzt so? Easy. Hä, 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 hä. Ausschließen. Hä, 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 hä. So, was ist drin? Dicker Loot. Nimm, ja. Nimm Münze. Und wir können hier hoch. Gefällt dem Fuchs. Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kitties machen. Du bist die Experte. Das wird genial so. Machen wir auch. Ich geh mal von aus. Motiv finden. Ja. Da. Vergrößern. Verkleinern. Okay, dann. Da freuen die sich. Ja, noch zwei. So, jetzt ist die Frage. Annehmbar. Du mich auch. Da hinten wird viel. Äh, hier wäre auch noch was. Wir müssen eh nach unten, oder? Hier kommen wir auf jeden Fall lang. Hier müssen wir sogar lang. Alle klar. Dann gehen wir erstmal, äh, da hinten hin. Ich hoffe, dass wir... Hier... Ist da hinten was? Nee. Dann versuchen wir mal hier rüber. Nice. Na komm. So, was bringt mir das? Recht und Ordnung. Es gibt mir... Leben. Ja. Ist okay. Dann gucken wir hier erstmal... Äh, äh, äh. Dann würde ich sagen... Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Was ist denn das? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Dann hier rüber. Und dann gehen wir hier lang. Und da sind Viechers. Ah, hier ist auch so viel Mana. Naja, gehen wir erstmal hier lang. Dreht dir das ruhig ein. Hauptsache, du lässt dich nicht umbringen. Jaja. Die sehen mich nicht. Alle safe. So komme ich hier irgendwie hoch? Ja, nice. Dann können wir ja... Hätten wir... Warum willst du unbedingt zurück nach New York? New York. Und weil mir die ganze Nummer hier zu verrückt ist. So sieht's aus. Dann holen wir uns die beiden Dinger noch. Wenn wir schon mal hier sind. Nur mal kurz. Ihr kennt's. Falls wir überhaupt da hochkommen. Ich würde auch irgendwas zischen. Ach, da unten. Die Echsenviecher schon wieder. Oh, das sieht gut aus. Oh man, ich wette, den Stadtkindern würde das gefallen. Wir machen jetzt noch schöne Fotos. Etwa das Ding da oben? Nee. Was? Von den Dingen? Ja, hier. Zack. Foto. Noch ein. Kriegen wir hin. Dann hätten wir die Nebenquest auch fertig. Denn wollen wir mal da sind. Oh, sieh mal ein Turm. Und in den Turmen sind sogar Viechers. Da ist sogar eine Kiste da hinten. Na gut, dann wollen wir mal. Die Verteidigung ganz Etheas verantwortlich. Oh ja. Und ständig baute sie neue Festungen, um sie unterzubringen. Eigentlich irgendwas drin. Oh, halt. Jetzt aber, Frey. Nur dabei. Das wird wehtun. Ich gehe erst mal raus und warte, bis sie rauskommen. Lass mich mal kurz. Und zack. Ich möchte nicht meinen Rang hier verlieren. Kommt raus. Ah, okay. Kommt schon. Hi. Als ob du schmeißen kannst, du Arsch. Ach, ist sogar ein Echsenvieh. Äh, sind sogar noch mehr. Aber die kommen schon nach unten. Ich warte einfach. Äh, ich glaube, ich muss nach oben, oder? Ah, widerlich. Widerlich. Äh, ich muss wirklich nach oben. I don't like this. Ei. Goblin. Ei. Tschüss. Zack. So, die nehme ich noch mit. Zack, zack. Ah, da kommt gleich jemand. Hi. Loser. Nicht nur ein bisschen. Was war das? Und noch jemand? Hier gibt's mal keine Monster. Machst du auf körperliche Ertüchtigung los? Ja, doch. Gibt keine Märchen. Perfekt. Theoretisch. Oh, was ist das? Ein Klarheitskern. Hi. Die mit hier? Aha. Es wurde was wehenenswertes einmarkiert. Okay. Noch eine Gilde. Gilde. Noch eine Gilde. Zwei neue Gilden. Aha, guck mal hier. Hier können wir wieder, äh, unsere... Fertigkeiten verbessern. Auswirkung des Bruchs. Cool. Wir sollten das Zeug einsammeln, wenn wir welches finden, was? Ja, es könnte sich als äußerst nützlich erweisen. Den können wir hier gleich mal... Der Sinn nach etwas Bestimmtem. Natürlich. Und zwar dürften wir... Wir können es nochmal verbessern? Ne, können wir nicht. Haben wir schon. Man kann es nur einmal verbessern. Okay, was müssen wir hier machen? Triff Gegner von hinten. Kriegen wir hin. Nehmen wir an. Da müssen wir... Auf eine bestimmte Höhe müssen. Auf 500 Meter hoch. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Nehmen wir erstmal nicht. Äh, was bist du? Normaler Schuss. Während des Parcours verwenden. Das benutzen wir aber so gut wie gar nicht. Sammelkraft... Äh... Was? Sammelkraft und... Triff gefesselte Gegner von hinten. Fliegende Gegner. Besiege fliegende Gegner. Könnte ein bisschen dauern. Befreie dich von Gift dreimal. Und während des Kampfes auslösen. Das kriegen wir hin. Nehmen wir auch mit. Und das da könnten wir glaube ich auch mitnehmen, oder? Gegen die Untoten, oder? Oder die Wölfe. Ah, wir hätten die Wölfe echt nehmen müssen. Weil die Wölfe waren dagegen richtig, äh... Mies. Also die waren... Links mäßig. Ihr wisst schon. Stoß Gegner zu Boden. 25. Ja, nicht wirklich. Ach, komm, hier. Wir müssen nur Sachen umwandeln. 15 Stück. Ne, komm. Wir machen erstmal Kampf. Weil wir kämpfen ja jetzt erstmal ein bisschen. Und dann nehmen wir das noch an. Okay, Gegner mit Ulti besiegen. Denn Gegner von hinten treffen. Das sollte auch kein Problem sein. Und was haben wir noch mitgenommen? Während des Kampfes auslösen. Das machen wir theoretisch auch die ganze Zeit. Ja, okay. Mal sehen, wie es läuft. Nice. Schaffen wir es noch da oben? Ja, easy. So, noch eine Feder. Perfekt. Gibt es noch irgendwas zum Looten? Theoretisch da unten. Ja. Gegner von hinten haben wir ja bekommen. Eine Aufgabe. Nice. Denn schauen wir mal. Während des Kampfes verwenden. haben wir ja auch noch. Ach, wirklich. Trifft Gegner von hinten? Ja, weil es die große Explosion ist. Deswegen. Wie gesagt, wir haben ja locker flockig hin. Ja, läuft gut, würde ich sagen. Da können wir uns ruhig Zeit lassen. Dass wir die 20 Treffer kriegen. Na, das war ungünstig. Au. Als ob ich jetzt B-Rang bin. Kann ja nicht wahr sein. Locker, lockig. Immer schön von hinten. Das war ja einfach. Das sagt sich so leicht. So, während das Kampf auslösen. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Mal gucken, wann, wo wir Viecher finden, die gegen unsere Magie anfällig sind. Und dann ulten wir da mal rein. Schauen wir mal, ob wir da auch hochkommen. Ich bezweifle es. Wobei es ziemlich hoch ist. Aber Mana nehmen wir mit. Kein Ende Schaden, hier ein bisschen was aufzuheben. Ich glaube, das sieht doch nicht so gut aus, wie ich mir das dachte. Gut, dann geht's weiter. Gibt's da oben noch was? Nee. Aber hier sind Viechers. Die Echsen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die anfällig gegen meine Magie waren. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, du kommst weg. Da komme ich gerade nicht hin. Das habe ich schon. Dann geht's hier nach unten hin und hier hin. Und dann geht's weiter Richtung Süden. Und nehmen wir auch noch den Turm mit, falls wir da hochkommen. Klingt am Plan. Mal gucken. Immun gegen Vergiften. Und es ist gegen meine Magie anfällig. Du weißt, welchen Zauber du brauchst. Richtig? Ja. Halt die Klappe. Jetzt ist die Frage, wie war das? Ich muss die besiegen mit meiner Ult? Oder einfach nur treffen? Äh. Besiegen. Also töten. Okay. Hey, du kommst hoch? Hey! Hey! Hasta la vista, baby! Muss ich mal gucken. Weil die sind schon ein bisschen stark. Müssen wir ein bisschen hier reinknallen. Bevor wir unsere Ult machen. Zack! Nicht besiegt. Haha, nein! Das hätte schön werden können. Ach, scheiße. Nicht viel, aber naja. Das nehme ich mal mit. Da hat der Fuchs versagt. Auf ganzer Linie. Traurig. Ah, wenigstens noch holt der hier Mana. Muss ich mal gucken, wenn ich nix mal wieder Wölfe sehe. Eine Chance, dass wir hier Wölfe treffen, ist bestimmt gering. Lass mich raten. Schurken in der Nähe. Helles Köpfchen. Wo sind denn hier? Ach so, da sind die. Na, wer seid ihr? Ach so. Menschen. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Viel besser als mit vorne. Nju, der Flughaar. na komm steh auf nach schade doch nicht doch ja schade haben ihn von der seite erwischt und nicht von hinten fliegt aber ordentlich mal herum weiß man gar nicht wo man erst lang laufen soll da wir eh hier hin müssen gehen wir mal hierhin mit den zombies kann man perfekt diese herausforderung machen gehen schön leicht und easy noch fünf ne noch ein dann haben wir die magie auch schon mal gemeistert du hast wirklich einsatz gezeigt nice ne flötenblume so dann haben wir das auch erledigt stufe drei mehr schaden mehr magie mehr alles dann müssen wir nur noch das da das könnte ein bisschen problematisch werden weil wir müssen die viecher damit töten wir schweben nicht unmittelbar in gefahr hoffen wir dass es dabei bleibt eigentlich wollte ich zum haus aber irgendwie ist hier noch was zu looten was seid ihr ne katze oder sowas ähnliches okay wir gehen wieder wir wollten zum haus denn hätten wir hier schon mal ein schnell reise punkt äh was liegt denn da oben mana nehmen wir mit warum auch nicht da wäre auch noch mal ich kann auch keine mana hier liegen lassen ich lass mich schon wieder zu sehr ablenken es ist einfach nur schlimm ja und so gar nicht ideal für einen kurs na da oben ist schon wieder irgendwas gegner hallo anfällig ja vielleicht kriege ich die ja das sind sieben vielleicht kriege ich die ja weg geultet wenn ich die auf fast low habe habe ich euch zwei zumindest ne doch ein anderes vieh ist einfach so umgekippt okay kann man machen zum glück müssen wir nur zehn stück von davon besiegen so gucken wir mal hier ob hier noch irgendwo mana rum schwebt aber da oben definitiv alles mitnehmen wir brauchen irgendwie 160 oder 170 oder sowas da ist etwas wie sollen wir vorgehen wir könnten es einfach ignorieren ein heiltrank perfekt und wo ist hier was ist sie gar nix achso das meint ihr ja 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 okay da oben ist schon wieder mana ach komm machen wir weiter unser ding wir nehmen einfach das mana mit was uns auf dem weg ist machen keine umwege wir sonst wären wir hier ja nie fertig etwas gefunden uh gras nach ne komm ich glaube wir kriegen noch so viel mana ich glaube da brauchen wir nicht äh ja geizig ist jetzt geizen ist jetzt das falsche ist der falsche ausdruck ähm wir müssen nicht geiern nach mana oder so okay da will ich schon hin ach da sind viele auf einen haufen da kann ich nicht nein sagen und da oben noch da wo ich eigentlich hin wollte ah das sind die katzen hallo katzes ah die sind nicht anfällig für meine magie aber ich machen kann jetzt das hier denn da hätte ich schon mal vier äh katze 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 ne 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 böse katze zack katze weg und die ist auch weg easy haben sogar einen himmelskern gehabt gut ab nach unten Wegpunkt holen und mana sammeln nicht so niemand zu sehen hast du versehentlich alle vergrault ne ich hoffe ich hoffe ich hab sie alle vergrault so auf ins haus hä wo ist der eingang hin wo ist da so erstmal schönen heiltrank äh hier ist noch ein heiltrank alles mitnehmen hier ist noch eine notiz der niedergang dann gibt's hier noch eine irgendwas hier würde irgendwas auf der karte markiert noch eine zuflucht ah nice und noch eine zuflucht na man zwei neue zufluchten zu flüchte vielleicht von unten seit wann sind die bücher hier immer da hm worauf haben wir denn heute Lust hm was nehmen wir denn was nehmen wir denn was ist eigentlich damit absorbier von 750 gegner ja ja ne da sehe ich mich noch nicht ne da sehe ich mich noch nicht greif gegner an während du magischen parkour verwendest also das heißt rüber springen und denn maschinengewehr feuer ja wäre theoretisch einfach denn würden wir auf jeden fall plus 1 violette magie kriegen also wären wir stärker den angriff werde ich eh nie benutzen Moment ach das ist der normale schuss doch 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 sollten wir machen was ich nicht so oft benutze ist das hier aber das würde natürlich auch noch magie bringen ok nehmen wir den schuss den standard schuss das bedeutet rüber und schießen das machen wir ja ab und zu mal ein eine interessante wahl willst du irgendwas herstellen natürlich Blutsprost kann hergestellt werden alles klar so eigentlich wollte ich das nicht machen sondern herstellen und zwar ein heiltank brauchen wir nicht hier beutel ja kann ich mehr looten und noch ein medizinbeutel dann können wir nochmal einen heiltank extra nehmen das bedeutet das bedeutet mehr metallklumpen als nächstes wieder und neue federn finden zwei stück dann können wir wieder was machen die dinger umwandeln werde ich noch nicht tun weil es gibt dafür eine extra quest ich werde die erst umwandeln wenn wir die quest dazu annehmen so das ist natürlich totaler bullshit den brauchen wir nicht ja da bin ich noch unsicher ob wir den weiter aufwerten aber ich finde unsere heizkette schon ziemlich nice und da wir viel Gras gefunden haben ok jetzt brauchen wir küstenfeich ja gut dann weiter werten wir das erstmal nicht auf das ist nice ja passt ich hoffe dass wir auch nochmal einen besseren Umhang finden also ok ich finde den Umhang gar nicht mal so schlecht von den Werten her aber ein besseres Aussehen wäre auch mal schick so dann nehmen wir den Salbei achso ja genau weil wir jetzt wieder mehr tragen können dann gehen wir pennen und beenden die Folge und morgen geht es dann wieder weiter Richtung Story und ich hoffe dass ich mich beim nächsten Mal nicht so schnell oder viel ablenken lasse aber es ist immer so ja wie soll ich sagen ich möchte zu gerne alles erkunden alles mitnehmen vor allen Dingen hier guck da ist schon wieder was wo ich gerne hinwähem und das liegt sogar aufm Weg also da kann ich ja nicht nein sagen und da wir nochmal einen Schnellreisepunkt den würd ich mir auch gerne holen falls ich da mal wieder hin will oder hin muss N�� so viel zu tun dann würde man hier sagen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal